Oktoberfest in Vilsmoos am 8. und 9. Oktober beim Café Hirschenau. Am Samstag um 20 Uhr Bierartsticht durch der Lebenshilfe Radstadt mit anschließender Party. Am Sonntag Musik ab 11 Uhr Vormittag und um 16 Uhr Preisverleihung der großen Dombola. Und das alles per freien Eintritt. Der reine Erlös kommt der Lebenshilfe Radstadt zugute. Die Witzleute Herbert und Elisabeth freuen sich auf euren Besuch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017